so steig ich auf ich weiß das sieht lustig aus boah das lustig aus der fällt auf dem rücken da voller verrückt das sieht intelligent aus wie er läuft da läuft das hält die hose voll Ich hab gewusst, das mal vorunterspringen. Ha ha ha! Er hat geschlossen, bitte kommt später wieder. Ich bin mir auch. Du hättest Geld aufm Dresen galt. 95 Dollar, ich hab die Kasse aufgeschlossen. Ah, das ist hier. Schau mal, das ist ein Kölb. Typischer Irrer. Hier ist noch ne Kasse. Ja. Oh. Warte mal, ich geh mal weg. Genau. 76 Dollar. Ah! Ah! Ha ha ha! Ha 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 ha! Was ist denn jetzt gemacht? Ha 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 ha! So wie die Bots immer laufen, so fährst du Motorrad. Ja. Das stimmt. Weil. Ha 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 ha! Druck Emulation ist geschlossen. Ich hab das aber echt... Weil ich in das Motorrad reingefahren bin. Aber du hast netterweise noch gewartet, bis die Kasse... Äh, bis ich fertig angekauft hab. Und jetzt kann ich die Kasse aufmachen. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Jetzt nicht mehr. Ha ha ha! Ha ha ha! Das war jetzt echt noch süß! Ich glaub, ich hoffe, aber das ist Motorrad hinter mir. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ich nehm mal an den Laden. Ja, genau. Ha 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 ha! Wie das kleben? So beschwert! Ha 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 ha! Take it easy! I'm doing it! Okay, okay! I'm doing this fast again! Ha 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 ha! Hü 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 Hü. Unden im Tunnel die Dinger schießen von der Flär Gun. Das ist cool! Ich lass mal reifen, vielleicht denn du hast doch gemalt, du Arschloch! Ha 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 ha! Du bist ein Arschloch! Nein! Doch, bist du sehr wohl, doch. Duhhhh, bist du wohl. Au! Das hat mich bei nur umgebracht. Acht halt auf die Karte! Tschüss! Ich hab dich erwischt. Und gemacht. Das war echt lustig wie wir da durchgeraten. Ja. Das war gut, gell. Boah, wie mein Auto aussieht. Hiiii. Byeiii. Ich hab mir schon mal gesagt, rauchen von meiner Fahrt wird nicht zu erwarten. Husch, weg mit euch. Hop 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 hop. Ich hab ihn angezündet. Ich hab ihn angezündet. Ich hab ihn angezündet. Ich hab ihn angezündet. Hallo. Hallo. Viele Dankeschön. Bitte schön. Oh, ist schon weg. Hey, das ging schnell. Das ging wirklich wahnsinnig schnell. Ja, das schauen sie blöd. Ha, wirklich. Ich hab Marmelade auf dem Shirt. Schau mal. Hast du ein bisschen Brot dazu? Ja. Ja. Guck gluck. Du hast geraucht. Nicht nur das. Ich müll dein Apartment voll. Nö. Ja, wie's da aussieht. Siehst du? Zwei Zigaretten. Zwei E-Cola. Zwei Pisswatte. Zwei Pisswatte. Zwei Pisswatte. Mhm. Cool. Aber ich hab schon immer gewusst, Schäden durch Rauchen kriegt man dann am besten mit Süßigkeiten weg. Mhm. Hat die Oma gelogen. Ja. Fuck. Haha, DJ! Geil. Dem geht's nicht gut. Hehehehe. Zu den einen hab ich umgefahren, der glaub ich wollte dir hinterher. Oh ja. Danke. Haha. Das kann er jetzt vergessen. Oh ja. Gibt's nix, wenn du da bist, gell? Ne. Also, das kann er sich gleich mal in die Haare schmieren. Genau. Deine fettige Haare. Mhm. So, jetzt müssten wir wieder verkaufen können. Ich noch nicht, glaub ich. Okay. Wo laufen die denn hin? Die laufen an dem vorbei, der liegt doch hier. Boah, die sind ja was. Die sind jetzt nach oben gelaufen, wo schauen die hin? Jetzt stirbt er wegen dem. Haha. Jetzt laufen sie beide wieder los. Mei. Das ist ja auch witzig. Die finden mich. Ja, die laufen wieder an ihm vorbei, jetzt gehen sie zu ihrem Auto zurück. Wahrscheinlich. Hehehe. Mei. Ein anderer hat den Krankenwagen genommen. Was? Boah. Das ist ja cool. Das ist auch lustig, gell? Immer mal zuschauen, wenn irgendwo was los ist. Ui. Boah, es schlagen sie zusammen. Boah. Boah. Oh mein Gott. Was ist denn da bei dir los? Mit Anlauf. Oh Gott. Was? Boah. Boah, und die treten immer noch auf ihn drauf. Der ist ja schon am Boden. Boah. Boah. Boah, das ist brutal. Boah. Jetzt fährt der eine seiner Kollegen vielleicht zusammen. Ja, jetzt hat er ihn stehen lassen. Ahahahahaha. Boah. 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 Boah.